So. Och, sie tweeten schon wieder. Mhm, da oben. Also, wir kommen hier raus mit fertigen Holz. Daraus müssen wir Gremlins machen, damit die wieder ansehen können. Aber wir müssen das Holz auch teilen, damit es rüber geht in den Zentrifugen und dort zu Rubberseeds gemacht werden, die hier wiederum angebaut werden. Und Resin ausspucken, aus dem wir dann Rubber machen. So. Anders. Wir brauchen ja sozusagen... Ich bin gerade... Ich hatte das Ganze schon mal aufgebaut, nur mal so zur Information. Das hatte ich schon in zwei verschiedenen Stufen bei mir am Laufen, in dem anderen Spiel, das ich mal gestartet hatte. Und ich kriege es gerade nicht im Kopf hin, wie ich das aufgebaut hatte. Ich hatte da ein schönes Prinzip, das gefiel mir sehr gut. Hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis es richtig angelaufen ist. Aber dann lief es auch wirklich gut und hat einen mächtigen Output gehabt. Aber mir fällt es gerade nicht wieder ein. Also, hier kommt Holz raus. Das Holz müssen wir in beides umarbeiten. Nicht nur in eine Sache, sondern in beides. Oh, hier mal anders. Moment. Was ist denn, wenn wir... Das hier habe ich noch nicht getestet. Wenn wir hier einfach wieder hochgehen. Oh, tweetet auch hier mal einen Anlass an. Und da hinten in der Ecke schon wieder. Ein einsamer wieder. Der ist aber schon wieder vorbei. Ich gucke trotzdem an der Ecke, wie es da jetzt gerade aussieht. Das ist aber alles in Ordnung. So, ich hatte mich ja entschieden, filmen auch mal eben so ein. Die Gold- und Dingsmusser. Also Saphir auf jeden Fall. Ich könnte ja mal Saphir schon mal hier zum Komprimieren einstellen. Wir haben sogar ein paar schon. Denn wir müssen das ja doppelt gemoppelt machen. Das ist... Kacka ist das. Mal direkt ausgedrückt so. So. Brav einsammeln. So, gucken wir mal. Also, wir wollen Edelsteine umwandeln. Wir wollen Compressed. Also machen wir erstmal Kut. Aus Kut kommt ein Kut raus. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Deswegen mache ich mal mehr. Und aus Kut wollen wir Compressed machen. Achso, da brauchen wir ja was anderes für. Haha. Ja. Schon klar. Schon klar. Ich hau die auch hier wieder raus in die Banane. Schraubanschluss müssen wir nur... Achso. Reicht nicht, ne? Reicht nicht. Und wir brauchen ja ein zweites Fließband. Ach, so reicht es aber. Okay. Okay. Obwohl... Man könnte ja, wenn das passt... Ne? Einfach die hier direkt schon. Ey! Ah, für Compressed brauchen die Steine. Fährt man eben so ein. Da brauchen die Steine. Die Frage, Stein habe ich sogar noch da unten. Aber nö, dann kommen die nicht hier hin, sondern packen wir die woanders hin. Ich gucke mal kurz... Compressed einfach nur Stein. Okay. Nee. Da denke ich auch gerade wieder falsch. So. Jetzt braucht ihr noch Wasser. Ich bin schon wieder an fünf verschiedenen Ecken am Rumbauen, ne? Töck, töt. So, mal gucken, wo wir denn... Achso. Wir holen uns einfach Wasser hier. Die brauchen ja auch clean Wasser. Dafür brauchen wir schon wieder einen Liquid Händler. Und den Händler, den müssen wir erst mal finden, wo der rumsteht. Ähm... Kupfer, ne? Ich glaube, Kupfer fehlt mir da. Oh, das fehlt mir halt doch gar nichts. Habe ich da mal komplett in der Tasche liegen. Und dann einfach so doof durch die Gegend. So. Liquide Händler. Und rühre. Und jetzt brauchen wir noch Strömen. Strom. Saueres Wasser. Bitteschön. Dankeschön. So. Das ging ja nur bis zu den Ärmchen. So, basta. Meine Güte. Und du fischt mir jetzt mal raus. Raw Sapphire. Geht sogar schneller als ich dachte. Das geht ja schneller als ich dachte. Ich ziehe einfach alles überall hin. Ist mir Banane. Vollkommen wurscht. Oh, hier. Über den großen Teich. Und hier unten war irgendwo Stein, ne? Da, Stein. Stein muss sein, denn Stein ist fein. Und den hauen wir jetzt mal hier rein. Da. Und da. So. Ja. Tweet doch jemand anders an. Oh, da ist schon wieder rot. So. Mining Drill 1. Mining Drill 3. Ähm. Ja. Da habe ich jetzt schon wieder das Problem, dass ich nicht weiß, wie viel ich brauche. So, 41.000 kriegt der noch. Ich setze da mal drei hin. Gut. Ähm. Die brauchen ja eine ganze Menge Stein. Nicht nur mal eben so 20 Stück oder so, sondern ich glaube 100 pro Füllung. Oder 200 pro Füllung, glaube ich sogar. Oh, ja. Ist ja gut. Ich sehe schon wieder Explosions-Phymbol. Das Spiel ist zu aufregend für mich. Ich will in Ruhe bauen können. Und nein, das darf ich nicht. Da. Tak, tak. Das Spiel da. Mit drei Stück sogar. Drei Backkäfer. Die hier am Umnerven sind. Ach, wir haben mal wieder keine Repertur-Kids. Auch schön. Oh, ja. Da. Oh. Nicht in diesem Moment. Wenn ich fertig bin, dann darfst du's helfen. So. Abbaun. Abbaun. Ja, ein paar Backpacks. Das ist richtig, ist richtig, ist richtig. Keine Mauer. So. Wollen wir denn? Da. Mist. Wollt ihr mich veräppeln, oder was? Was habt ihr denn jetzt für einen Stress? Ach so. Oh. Das ist auch so ein Ding. Dass die dann unbedingt eine Truhe haben müssen. Oh, danke für nichts. 110. Was ist los? Stresserelle auf Ausflugstour. Ich komme hier zu nichts. Tipp, 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 tipp. Ach so. Ist noch nicht eingestellt, was die machen sollen. Deswegen ist das gerade ein bisschen problematisch. Ja, hier. Kommst da hin. Kommst da hin. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die ausspucken soll. Oh. Da, hier. Mach mir mal. Mach mir mal da. Du auch. Ja, piep, piep. Ist gut. Ich drehe hier echt durch. Ich drehe hier echt gleich durch. Meine Güte. So, da habt ihr auch Strom. Da kommt jetzt Stein. Natürlich alle auf derselben Seite. War ja klar. Mann, was ist denn? Ja, ihr braucht wieder Reparatur-Kids, ne? Braucht mal wieder Eisen. Ich renne extra da hinten irgendwo für euch hin, um so ein verkacktes Reparatur-Kid zu machen, damit ihr Ruhe gebt. Boah. Ich werfe die Drohnen gleich weg. So, meine Fresse. Stressen die rum? Ach, ihr habt da hinten keinen... Irgendwann schaffen wir das nochmal, zu dem Punkt zu kommen, wo ich dann endlich hier die Verteidigungsfähigkeit erweitern kann und der Stressfaktor deutlich abnimmt. So, wo ist denn der Turmberg da? Dankeschön. Der hat doch eh schon seit 2000 Jahren keine Munition mehr, oder? Nein, ja, vielleicht so. So, die befüllen, glaube ich, noch hier haufenweise 100 Stein, okay. Ja, dann nehmen wir mal... Was ist denn doch, das passt, ne? So, guck mal hierher. Dann würde ich mal hier... Large ist total übertrieben. Ich setze es trotzdem da hin. Close in Syrta ist mir jetzt auch Banane. Kommt das Ding da hin. So, fertig. Long Handle Close ist mir auch egal. Hauptsache, da steht ein Arm, der irgendwo was hinpacken kann. Nein, das ist ja total hier... So. Und da fehlt... Ja, fehlt hier, ist klar. Pasch und Chekhov. Wo hast du denn jetzt bitte schön Stein her? Ja. Ach so, hat der eine vielleicht rausgepackt da. So, ignorieren. Wird vermutlich laufen. Ich weiß es nicht. Ich ignoriere es. Habt ihr tatsächlich keine Reparatur-Kids mehr? Das ist aber doof. Ihr habt jetzt welche. Also, haltet die Klappe da hinten. So. Raw Sapphires. Ne? Die müssen wir eigentlich auch hier haben. Doa. Und, äh, doa. Dann können wir die nämlich mit dazu... Boah. Wie? Das stand die ganze Zeit so lang, dass ich dachte, wir hätten kein Lila mehr. Aber, äh, okay. Chuchu-Bahn. Ich werfe mal die Chuchu-Bahn an. Düm, düm. So, hier kriegt man die Raw Sapphires. Dann könnt ihr die nämlich auch umarbeiten. Ich überlege gerade, ob ich hier ein Sapphire-Dingsbums anwerfe. Machen wir so. Da fehlen die Ärmchen dran. Ich muss da noch die Ärmchen setzen. Forst in Syrtau. Forst in Syrtau. So, sind die beiden auch in Gang. Also, theoretisch. Sobald ich den hier mal finde. So. Achso, sind sogar ein paar mehr in Gang. Der wird befüllt. Und der soll ja eigentlich nicht befüllt werden. Dankeschön. Gut, wenn dieser hier aber schon mal befüllt wird, dann nehmen wir den auch mit. Boah, ist da. Boah, ist da. Hui. Okay, Saphir-Produktion läuft jetzt auch. Mehr oder weniger. Dann können wir irgendwann mal anfangen, so eine Handvoll von den Saphir-Lasern vielleicht herzustellen. Gold habe ich in irgendwelchen Truhen noch. Kiloweise, glaube ich, rumliegen. Gut. Irgendwann waren wir hier mal in Gang und wollten da was bauen. Achso. Ich laufe da mal wieder zurück. Wir wollen ja Rubber Seeds hier machen. Der Verzweiflung. Gut. Hier war ich, glaube ich, immer noch am überlegen, wie ich das mache. Und ich bin von hier aus, glaube ich, wie ein Alarm weggerannt. Oder nichts anderes. Also hier Rubber und da Standard. So, Standard kriegen wir nämlich hier raus. Ich behaupte, da reichen aber zwei. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Beruhigende Musik. So, Gremling oder Gremling ist mir auch egal. Fast Insertion. So, die würden jetzt Holz nehmen und aus Holz die Saatdinger machen. Und die packen die dann wieder raus, damit die hier angesät werden können.